die Leute Herzlich Willkommen um Herzlich Willkommen hier zum dritten zum vierten Part von meinem Spettel er ist schon ganz verreckt ich habe voll vor dem Wettsteun erschrocken die hat die ausgefunden Spawner Spawner sind sowieso überbewertet ich weiß nicht wo ich zurückkomme also zurückkommen wo ich zu meiner Kiste und so zurückkomme im Moment kein Plan ich finde irgendwie einfach nicht zurück komisch grad ich finde nicht einen verdammten Diamanten Dias ne ne stimmt gar nicht bist du da bist du da bist du da alter ich werde verrückt Mann ey hier wo war mein verdammter Gang wo ich zurückkomme und so hier nee auch nicht äh äh WTF zusammen ist gerade übrigens meine Steine auf bitte die haben nö du kannst ruhig dir mehr du kannst ruhig mehr davon nehmen alter nimm sie alle auf oh alter jetzt gerade ging hey geh mal weg hey das schicken okay mach weiter der macht und da sagt wenn du dich hast gefunden hast nimmst zudem ist gerade langweilig hat er mal so ein Brötchen Fresse Alter was bitte wäre ich die erste Aussage zerschlagen dann bist du dran schuld es gibt es jetzt nicht zu krebs jetzt zu krebs ist die echt nicht bist dahinter oder gibt es einfach so unendlich lang aber ähm auch ja ich still meine Runde ich gehe mal wieder woanders macht aus bis dahin da war schon weg Alter Vater ich finde nichts das ist nett von ihm neun Alter das gibt es doch gar nicht wieso gibt es hier einfach kein oh man es gibt einfach keine Dias auf dem Server kann das sein oder täuscht das bist du eigentlich scheiße oder so Alter Junge Mann das ist echt Cheaten so ja nicht Jolo Mann wenn das meine Abonnenten sind was ist denn dann das wäre nicht schön scheiße wäre das scheiße wäre das ja scheiße wäre das okay ähm ich finde aber auch einfach nicht zu ruhig also ich glaube er scheint auch gerade seine Probleme mit ihm zu haben kannst ruhig bei ihm bleiben du kannst ihn ein bisschen nerven hä ich habe kein Plan wo meine verdammte Chest ist habe ich überhaupt keinen Plan wirklich ja dort ist auch mein ganzes Zeug drin und so Alter kein Plan mit voller Ernst ich klamm jetzt einfach alle Gänge ab hier nicht hier auch nicht hier nicht hier nicht hier nö selbst hier nicht hä wo verdammt ist mein verdammter Gang Alter ich kapier es nicht hier ne hä ETF nein oh Gott das dürfte ich aber theoretisch überleben Alter 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 gut gut der Server der Server war sogar auf hart gestellt und hart ist scheiße ich glaube jetzt verliert man auch etwas weniger Leben ähm Essen und so Shit weißt du was ich kann mich jetzt einfach nach oben einfach so gleich so einfach gerade nach oben mit Scheiß egal Scheiß egal geil wäre natürlich wenn ich wirklich einen Bogen hätte aber ich glaube das ist in dieser Staffel relativ unrealistisch aber wir werden sehen vielleicht wird es ja doch noch was ich glaube die das könnte ich aber jetzt vergessen ich bin sowieso schon zu hoch ja viel zu hoch ich höre schon scharfe das ist ein gutes Zeichen so jetzt sind wir an der Oberfläche und ich weiß nicht wo der Typ ist ich gehe mal einfach zum spawn krass krank hä oh alter ich dachte schon der Typ ist jetzt ins Wasser gehuppt das wäre irgendwie lustig gewesen ich habe keinen Plan wo der ist also wirklich nicht und es verschafft mir nicht gerade ein besseres Gefühl weil es hart gelegt vielleicht ist er ja am spawn ich meine warum auch nicht ne ich meine warum auch nicht ne ich hoffe ich hoffe ich da kommt er da kommt er komm der war schön es leckt und lava nä komm der war schein der war richtig schön ach komm stirb ach komm stirb wie gerade dass ihr euch gerade bettelt hilfe 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 was ihr bettelt euch gerade so ja oh der joshi der wird sterben ach also wie hält der aus wir hätten guten Apfel gegessen ja trotzdem geht doch hör auf nicht zu schlagen hab ich nicht schweiß ja da haben wir den ersten Sieg er kann auf der er kann an der Aufnahme sehen dass ich nicht gehackt habe oder sowas in der Art äh da haben wir erst geil wir haben Pfeiler sehr schön das ist schön das ist wirklich schön nehmen wir die Lava noch mit und ja dann haben wir den ersten Kill eingefangen gut vielleicht gewinnen wir das Ding ja doch noch wäre ganz cool und sie wirklich Leben verloren haben wir jetzt auch nicht also der Kill einfach so scharfe hey Typ warte ich gebe dir Sachen ok dann nicht dann folgen wir ihm einfach mal vielleicht können wir ja dann zu seiner Base kommen wär ganz cool eigentlich das Geile ist halt wir haben einen goldenen Apfel jetzt wir hatten davor auch schon einen goldenen Apfel halt aber halt nur in der Kiste und die Kiste weiß ich halt jetzt leider nicht mehr wo die war aber wir haben ihn einmal gekillt ja wie der Typ der Typ Alter wie geil wie der aber das ist schlau gemacht wirklich aber die 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 ein bisschen unfair er hört er mich nicht ich hätte sie müssen muss ich muss mich doch hören aber eine sehr schlaue taktik wie ich finde warum denn okay ich gehe dann hauen wir mal ab und verpissen uns muss immer gefasst sein ich glaube jetzt geht er gleich raus boah schmeckt der kuchen lecker ist eigentlich voll gemein aber naja gut äh dann ja was machen wir jetzt am besten warten wir einfach ich würde mir ja der typ hat einfach noch so die erzeugt er hat noch zwei leben ne er hat noch zwei leben ja gut ich lass es mal ähm theoretisch könnten wir jetzt mal unsere kiste wieder weiter suchen obwohl die landschaft richtig geil aussieht muss ich sagen sieht richtig episch aus ähm boah screenshot yay gut dann werde ich sagen beenden wir hiermit die folge schon das war ja eigentlich schon ganz guter start da haben wir haben wir schon den ersten kill gemacht und dann sehen wir uns im nächsten part wieder bis dann tschüss bis dann 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 Bis zum nächsten Mal.